Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Folge vom Einfach mal Kaffee Podcast. Ich bin der Horst und heute wird's digital. In meinem Newsletter Ende Februar habe ich nämlich über etwas geschrieben, das mich immer wieder trifft oder einholt oder fesselt. Mir fehlt da so das richtige Wort dafür, aber es ist auf jeden Fall ein Thema, bei dem ich gedanklich immer wieder lande. Dazu habe ich dir auch an der einen oder anderen Stelle schon Dinge erzählt, aber soweit ich mich erinnern kann, habe ich es noch nie ganz in der Folge irgendwie zusammengefasst oder ja auch dem Ganzen so einen wirklichen Kontext gegeben oder einen Kontext daraus gemacht auch oder es in Kontext gesetzt, wie man es auch immer nennen möchte. Wenn du ein fleißiger Leser des Einfach mal Kaffee Newsletter bist, dann wird dich das Thema, aber wie gesagt, wird es dir wahrscheinlich bekannt vorkommen. Ich möchte, das beschäftigt mich aber so sehr, dass ich daraus auch einfach eine Folge machen möchte. Einfach, weil es ein Thema ist, das sich ganz langsam und schleichend in unser Leben bringt und zoomt man auch mal etwas raus aus diesem kleinen Kleinen, in dem wir uns in der Regel so als einzelner Mensch bewegen, dann sieht man die riesige Dimension dieser Entwicklung und was für ein Potenzial sie hat, gut wie schlecht. Die Medaillen haben ja meistens zwei Seiten. Und vor allen Dingen betrifft das sowohl die Gastronomie und Profibaristie als auch den Heimbarista-Bereich oder auch einfach dich als Gast. Und deswegen finde ich das einfach ein wichtiges Thema, das man mal thematisiert haben sollte in meinen Augen. Deswegen sprechen wir heute über die Automatisierung und Konnektivität in der Kaffeebranche. Ich will dir dafür auch ein paar kleine Beispiele geben und einfach meine Gedanken dazu teilen. Im Optimalfall sind das Denkanstöße oder neue Blickwinkel für dich. Wie immer will ich hier aber nicht den Anspruch irgendwie auf die gesamte Wahrheit oder die Wahrheitsdeutung erheben. Das ist nicht mein Ding. Ich teile mit dir meine Gedanken zu dem Thema. Mit anderen Worten, ich erzähle dir jedes Mal, wie ich das Thema wahrnehme. Solltest du dabei etwas vermissen, erzähl mir davon. Ich weiß nicht alles. Und wenn wir in Austausch sind, lerne ich auch jedes Mal dazu. Bevor wir da aber so richtig tief eintauchen, lass mich aber noch kurz einen Hinweis loswerden. Denn es gibt ein Event, da können wir uns ganz wunderbar eben auch live über dieses Thema und noch tausend andere austauschen. Nämlich das zweite Einfachmal-Kaffee-Camp. Das war letztes Jahr schon geil. In diesem Jahr bekomme ich aber sogar noch Unterstützung von zwei ganz, ganz großartigen Kaffee-Profis. Mit dabei sind der Marcel von Britta, der einen super spannenden Workshop zum richtigen Wasser für Kaffee machen wird. Und mein guter, guter Freund und allseits bekannter Kaffee-Profi Christian Ullrich. Der wird eben so einen wirklich spannenden Workshop geben, schätzungsweise zu Sensorik, Kaffeesorten, Aufbereitung und Röstung. Ganz genau hat er mir das noch nicht verraten. Auf jeden Fall wird er da was Spannendes im Gepäck haben. Während ich mit dir gemeinsam oder mit einer anderen Gruppe dann gemeinsam im WOMO röste. Jeder da hat dort die Möglichkeit, an jedem Workshop teilzunehmen. Aber es gibt, wie gesagt, verschiedene coole Themen, über die wir da sprechen an den Abenden. Und zwischendurch gibt es natürlich jede Menge Platz, um sich mit anderen Kaffee-Begeisterten auszutauschen. Denn darum soll es vor allen Dingen gehen im Einfach-mal-Kaffee-Camp. Gleichgesinnte, Kaffee-Verrückte treffen. Das Ganze kombiniert eben mit der Gemütlichkeit von Camping. Gerne auch hier im Biergarten, im Appstein-Projekt. Da findet man immer eine gemütliche Ecke. Das ganz genaue Programm und noch alle Infos, die man so brauchen kann, findest du auf einfach-mal-kaffee.com. Da gibt es einen kleinen, wie nennt man die, Banner. Da findest du dann direkt schon den Link zum Ticket. Ich lasse dir den aber auch hier in den Showdowns drin. Dann brauchst du nicht so viel klicken. Da kann man jedenfalls exklusiv die Tickets kaufen. Der Vorverkauf läuft schon. Ja, nur ein bisschen beeilen solltest du dich, weil die Plätze sind natürlich dieses Jahr auch begrenzt. Einfach, ja, damit jeder, der da ist, auch optimal betreut werden kann. Jeder soll da auf seine Kosten kommen und allzu groß sollte die Gruppe dann auch nicht werden. Ja, auch wenn es dieses Jahr natürlich mehr Plätze gibt als letztes Jahr. Wie viele Tickets noch übrig sind, das weiß ich jetzt im Moment, wo ich diese Folge aufnehme, leider noch nicht. Stattfinden wird das Ganze vom 8. bis 10., nein, doch, vom 8. bis 10. 9. diesen Jahres im Eppstein-Projekt im Taunus. Das ist ein Stückchen überall von Wiesbaden, Mainz. Also ziemlich in der Mitte unserer schönen Republik bis hin im Westen, Rhein-Main-Gebiet, Hessen. Schöne Ecke hier, komm also gern vorbei. Gut, aber damit genug Werbung. Wir wollen uns ja eigentlich über Automatisierung unterhalten. Oder Automatisation, je nachdem. Ich weiß gar nicht, wie man das richtig sagt. Jedenfalls geht es darum, dass einzelne Schritte dem Barista abgenommen werden. Und das wird definitiv zu Veränderungen in unserem Job führen. Welche das sind, hängt natürlich vom exakten Profil deines Jobs ab oder der einzelnen Tätigkeiten, die man da so hat. Und auch, welche Automatisierung da eingeführt wird. Aber auf lange Sicht hat sich, oder wahrheitet sich in meinen Augen aktuell, was ich vor vielen Jahren schon angedeutet habe, was ich auch vor vielen Jahren schon mal gelesen habe, wo ich das seitdem auch ein Auge drauf habe. Es wird in Zukunft im Endeffekt zwei Arten von Barista geben. Den, der sich durch gastgeberische Fähigkeiten auszeichnet, also dessen Kerngebiet es ist, sich um den Gast zu kümmern, Kommunikation, Service etc. und der Techie, der hinter der Bar ist oder der im Hintergrund ist und die Rezepte hinterlegt, der die Maschinen konfiguriert. Klar ist natürlich auch in speziellen Ambienten, Ambienti, wie sagt man denn da? Was ist denn die Mehrzahl von Ambiente? Also in speziellen Umfeldern, in traditionellen Umfeldern kann es natürlich trotzdem auch Arbeit geben für einen Barista, der natürlich beides kann. Ja, da geht es dann aber, das sind spezielle Anlässe in meinen Augen, wo es auch deutlich mehr einfach ums Handwerk, um die Schau geht. Ja, Fakt ist, das weiß ich, einfach weil ich das auch schon in live gesehen habe, diesen Versuch, das auch tatsächlich zu implementieren in einem Betrieb, von einem Roboter bedient werden will dann am Ende wohl doch keiner, also zumindest nicht im normalen Umfeld. Wobei auch das wahrscheinlich vorkommen wird, es gibt ja schon Latteart-Roboter, die wunderbar Latteart gießen können, aber das ist dann vielleicht eher sowas für den morgendlichen Kaffee, morgens um vier am Bahnhof oder irgendwie sowas. Ja, aber vielleicht eben nicht im Kaffee um die Ecke. Wie komme ich da drauf? Es gibt verschiedene, ja immer neue Maschinen oder eben immer mehr Maschinen, die wirklich Kleinigkeiten, angefangen von Kleinigkeiten bis zu Großigkeiten, dem Barista abnehmen. Zum Beispiel gibt es jetzt die Black Eagle Maverick, die nimmt quasi dem, ja auch Spezialitäten-Kaffee-Freund das Brühen ab. Also das ist eine Siebträgermaschine, mit der man eben auch brühen kann, mit der man dadurch einfach auch einen gewissen Grundstandard bringt. Das macht vor allen Dingen in Zusammenhängen oder in einem Kontext Sinn, wo es auf die Feinheiten ankommt, das aber in der Masse. Also da sind wir so ein bisschen in den Auswirkungen der, ja sagen wir mal, Fourth Wave of Coffee. Sprich, wir haben Qualitätskaffee, aber eben auf Menge. Es gibt verschiedene Maschinen, die noch viel, viel mehr machen. Also die vom Flaschen über, also dem Spülen der Brühgruppe, über die Kommunikation mit der Mühle. Die Mühle kommuniziert mit der Maschine über die Flowrate etc. Die Mühle wiegt direkt den Kaffee ab. Also sprich, der Barista ist, auch das Tempen kann übernommen werden. Es gibt einzelne Geräte und immer mehr Geräte, die alles gleichzeitig können. Man kann wirklich sehr, sehr viel automatisieren. Es ist auch, hat auch Vorteile, weil man natürlich Fehlerquellen ausschließen kann. Und da sind wir, in meinen Augen, wie gesagt, so ein bisschen, ja, kommt das aus dieser vierten Welle des Cafés. Beziehungsweise auch macht das natürlich dann, ja, kommt es auf den Kontext an, in dem man sich bewegt. In manchen Bistros zum Beispiel, wo man auch eine hohe Fluktuation hat, da macht viel Automatisierung Sinn. In anderen Bereichen finde ich es einfach schade, weil ein bisschen Handwerk verloren geht. Gut, das ist aber jetzt mal mein Gedankengang zur Gastronomie, wo es, wo das Ganze auch einen Einfluss hat, diese Automatisierung. Wobei, da würde ich fast eher sagen, ist es eher Digitalisierung oder Detailisierung. Das ist im Barista-at-home-Markt. Da überbieten sich, wenn man sich das anschaut, nämlich die Hersteller der unterschiedlichsten Maschinen mit der Konnektivität und auch wirklich Smart-Eigenschaften der Maschinen, die sie so anbieten. Ob man das jetzt braucht oder nicht, ist in meinen Augen die Frage. Aber worüber rede ich da jetzt? Das wird jetzt ein bisschen kryptisch vielleicht, wenn du nicht in meinem Kopf bist. Für viele Modelle gibt es, gerade im Heimbereich, gibt es inzwischen Apps oder auch andere Möglichkeiten, mit denen man wirklich detailliert sowas wie Pressure-Profiles und Flow-Profiles und Temperaturprofile usw. einstellen kann bei deiner Heimmaschine. Und das hat im Detail dann teilweise so viele Regler wie so ein professionelles Studiomischpult und ist auch oft ähnlich übersichtlich, nur in meinen Augen leider bei weitem nicht immer ganz so nützlich. Denn selbst wenn es die Hersteller hinbekommen würden, dass diese Maschinen, das Eingestellte wirklich konstant, und das ist jetzt ein wichtiger Punkt, das konstant so produzieren können, wie man es da einstellt, ist die Zielgruppe, für die diese Regler wirklich hilfreich sind, doch wirklich verschwindend gering. Also wer die Auswirkungen dieser Detaileinstellung wirklich ganz bewusst nutzen kann und dann eben auch noch zu einem Vorteil oder diesen Vorteil dann auch in seiner Sensorik im Detail erkennen kann, der hat in aller Regel doch auch Zugang zu wirklich professionellen Maschinen. Aber auch an denen kann man immer mehr einstellen, was aber auch nur im richtigen Umfeld in meinen Augen und eben mit richtigen Baristi Sinn macht, die damit eben auch umgehen können. Was, sorry wenn ich da dem einen oder anderen jetzt auf die Füße trete, nicht so viele sind, wie es vielleicht von sich glauben auch. Weil dafür braucht man schon ein ziemlich tiefes Verständnis von der Materie. Was ich sagen will, ja ich will nicht alles irgendwie schlecht reden oder da den Teufel an die Wand malen, aber ich sehe an den Nachfragen oder auch an den Fragen aus den Barista-Kursen, die ich so gebe, ja wie präsent dieses Thema auch ist. Bevor man sich Gedanken macht darüber, welches Grip-Level der Formel-1-Reifen hat, den man sich da zulegen will, sollte man vielleicht erstmal ordentlich Autofahren üben. Die meisten Heimbarrister kämpfen mit viel alltäglicheren Hürden als einem Druckprofil. Wenn du auch dazu gehörst, dann schau mal bei meinen Kaffeeseminaren vorbei. Vielleicht können wir ein, zwei Autofahrstunden ja auch gemeinsam machen, aber das nur am Rande. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das Ganze so richtig rund machen soll. Jetzt, wo ich das Ganze eingesprochen habe, muss ich ehrlich sagen, klingt das ein bisschen verwirrt. Ich hoffe, es ist bei dir nicht ganz so verwirrt rübergekommen. Mir geht es so ein bisschen darum, dass die Maschinen natürlich oder auch die Technik einfach uns Baristi im Moment sehr viel abnehmen kann, was sehr schön ist. Ja, aber das wird natürlich sowohl unseren Arbeitsmarkt auf den Kopf stellen, als auch, dass es dir als Heimbarrister vielleicht einfach sehr viele Möglichkeiten bietet, die man vielleicht gar nicht nutzen kann oder die vielleicht verwirren. Das ist schön, dass das geht. Frage ist, ob es das braucht, beziehungsweise was ich wichtig finde, ist, dass man es einfach einordnen kann. Jeder darf das handhaben, wie er das gerne möchte. Wenn du, das vielleicht so als Kernaussage dieser Folge, wenn du deine Karriere im Kaffee hinter der Bar planst, dann hab vielleicht im Hinterkopf, dass sich in den nächsten Jahren ziemlich viel ändern wird, auch in diesem Kontext, einfach weil die Maschinen sehr viel übernehmen. Und das wird definitiv eine Polarisierung werden in der Arbeitswelt. Und für dich zu Hause solltest du vielleicht darüber nachdenken, dir gerade so eine Maschine mit möglichst vielen Einflussmöglichkeiten zuzulegen. Denk darüber nach, ob du das wirklich brauchst. Es ist sicherlich gut, wenn du Einfluss nehmen kannst, wenn du dich wirklich dafür interessierst. Das ist ganz wichtig. Wenn du Lust darauf hast, da rumzuspielen, tu es. Sehr, sehr cool. Aber wenn du einfach nur einen guten Kaffee haben willst, den kriegst du auch mit weniger Gefrickel. Was mich aber interessieren würde, sowohl an dich als Profi-Barista gerichtet, als auch an dich als Heim-Barista. Wenn du Zugang zu so einer Maschine hast, benutzt du diese Regler. Und wenn, was machst du damit? Beziehungsweise, was denkst du zu dem, was ich hier heute erzählt habe? Teil deine Gedanken gerne. Oder findest du vielleicht auch, dass das alles Quatsch ist und wunderst dich, was das für eine Quassel-Folge hier geworden ist? Ja, lass deinen Gedanken freien Lauf. Das kannst du entweder auf Instagram unter einem der Posts der Woche oder schreib mir auch gerne eine Mail. Den Kontakt findest du, wie gesagt, auf einfachmalkaffee.com slash Kontakt. Genau, auf der Startseite dort findest du auch gleich einen Button, der dich eben zum einfach mal Kaffee-Camp bringt. Und falls das interessant sein könnte, da können wir dann auch ein lecker Käffchen oder auch ein Bierchen am Lagerfeuer zusammen trinken und dort ganz herrlich über sowas zum Beispiel philosophieren. Bis dahin wünsche ich dir aber allzeit eine herrliche Tasse Kaffee zur Hand. Sag danke fürs Teilen, Hören und Supporten. Bis zur nächsten Folge vom einfach mal Kaffee-Podcast. Bis zur nächsten Folge vom einfach mal Kaffee-Podcast.